Okay, willkommen zurück. Zeit mit dem Gigantentraining fortzufahren. Ah, so, jetzt geht doch wieder alles normal. Aber ich will trotzdem so. Ah, trainieren wir wahnsinnig gar. Oh, es muss kacken. Es muss scheiße machen. Es hat scheiße gemacht. Wow, erstaunlich schnell satt heute. Na gut, wenn die MP auf 6000 sind, bin ich ja auch schon zufrieden. Obwohl ich gerne mehr Tempo hätte, bin ich jetzt eigentlich schon zufrieden. Okay, Sigma hat die Werte. Und ich habe die Items. Ich kaufe lieber noch ein paar. Ah, warte mal. Restore. Chips benutze ich nicht. Nein, ich habe keine Disketten mehr da. Zwei große Ampedists. Vier große Recoveries. Ein bisschen Warrie. Und mir fällt ein, ich habe keine Autoidioten oder Portable Potties mehr. Gut, dann will ich jetzt mal los. Es wird Zeit. Und Digimon zu füttern. Lalalalalalalala. Highspeed auf dem Weg zur Schattenwetter. Wow. Was zur Futtern ist ja mal bekommen. Nächste, ey, kriegt mich nicht. Ich glaube, mit Tigermann mache ich mich auch mal auf den Weg. So, das ist also die Schattenwetter. Sieht edel und alt aus. Hm. Was für ein fettes Haus. Ist hier irgendwer da? Entweder ist keiner zu Hause, oder sie können mich nicht hören. Okay, fangen wir mit dem Entdecken an. Ah ja. Locked. Wir müssen hier eine Tür finden, die aufgeht. Ist verschlossen und geht nicht auf. Ah, die öffnet sich. Hier ist ein Klo. Hier gehen wir mal rein. Es gibt eine Menge hier zu entdecken. Diese Geister bräuchten wir allerdings nicht fürchten. Oh, ein Filet. Das kommt gut. Mit so einem Schwergewichtsmeister wie Metallgrammon hinter einem. Omnidisc. Autopilot. Äh, Autoidiot. Was glitzert denn da? Oh. Ich hab'n Schlüssel gefunden. Vielleicht ist der für ein paar von diesen Türen. Und weh. Schlüssel benutzt und Tür geöffnet. Gut. Gut. Gut, die Tür war dann jetzt auch offen. Die Türen sind so schwerfällig, dass ich X rücken muss, um sie zu öffnen. Dann kommen wir fast davor wie in The Legend of Zelda. Na gut. Hier oben ist mit Sicherheit auch noch mehr. Öffnet sich nicht. Die Tür ist verschlossen. Es gibt kein Schlüsselloch. Kann ich also nicht von dieser Seite hier öffnen. Ich bin sicher, es gibt noch mehr. Ah ja, hier gibt's mehr. Äh, ja. Was ist denn das? Kann ich irgendeins von diesen Büchern lesen? Ah. Nein. Ich kann nichts lesen. Wow. Ich fass' das Buch besser nicht an. Obwohl. Nein. Fassen wir es doch an. Wow. Wir fallen runter und der Teigrimon ragt immer noch zur Hälfte da raus im Boden. Au. Ah, wie schon gesagt. Halt mal, wo gehe ich eigentlich lang? Hust. Menschen-Key benutzt. Ah, Menschen-Key benutzt. Ah, von hier aus können wir nach oben. Huch, na nur, wo bin ich denn gelandet? Sieht cool aus. Wie in einem Computer. Mp-Chip. Hutzpire Na. Nr. Riesen-Platine. Lampen. Arbeitsspeicher. Autopilot. Na gut. Ein Resort. Okay, Zeit für den Kampf. Rockman. Ich muss diesen Ort beschützen. Kümmert mich in Scheißdreck. Ich will kämpfen. 1400? Wollen die mich verarschen? Punch. Okay, die Attacken machen sowieso kaum Schaden. Fucking Punch. Warum lähmt er es eigentlich jedes Mal? Das passiert mir irgendwie selten, wenn ich was mache. Naja, besiegt. Ja, haut nur ab. Gut, jetzt können wir ja weiter. Was ist das? Ein Loch. Bam. Oh, geht's dir gut, Zora? Was ist das denn für ein Ort? Sieht aus, als wären wir in einen Raum geraten, in dem wir noch nicht waren. Oh, hey. Medizin. Wozu brauche ich das denn? Na ja. Die Tür hat sich geöffnet und ich wette, wir sind in einem Raum, den wir nicht betreten konnten. Falsch. Ein Sarg. Mir wird das mal ein Sarg. Ja, ich habe einen Schalter gefunden und ich kann hier runter. Und da liegt er ja. Ist jemand gekommen, um mir zu helfen? Digimon, geht's dir gut? Wer bist du? Gib mir Futter. Bist du hungrig? Was willst du? Fleisch. Ich habe Fleisch. Fleisch. Was? Hier. Ein Schlüssel? Ich habe nicht viel Zeit. Ich bringe, ich bringe bald etwas. Halt noch etwas länger durch. Ja. Och ja. Ja, ja, ich glaube, ich lasse es jetzt, ich lasse den Metallgrammon jetzt einfach mal schlafen. Ich speichere ab und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja. 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 Ja.